So, Jungs! Jetzt hab ich alles vergessen! Hey, hallo! Ich bin Johnny von Sirens. Und wir sind hier am Probewochenende für unser Album. Da drin sind die Jungs und die arbeiten sich heiß. Und gleich gehen wir rein und schauen mal, was die so treiben. Also, folgt mir! Ha! Hier wird knallhart gearbeitet. So, jetzt stell ich euch erstmal die Band vor, weil ihr seht uns vielleicht immer live, aber ihr habt keine Ahnung, wer wir überhaupt sind. Hier ist der Oslo, unser super Gitarrist. Und auf dieser Seite hat der Fritz, unser super Buzzer. Und der Arnd, der heißt wirklich so, unser Mega Metal Schlagzeuger. Wie kommst du zu deinen legendären Gitarren, Rhythmen und Solis auf unserem Alter? Wie kommt das einfach so zu dir? Hörst du das raus auf der Gitarre? Ja, ja. Ich blieb die Waage nicht. Ja, wie entstehen deine Solos? Ich spiele halt drauf, 10.000 Mal. Dann klappt es und dann bin ich kurz nach zwei Tagen wieder an und denke, alles scheiße. Und dann habe ich eine Zeit lang keinen Bock mehr. Und dann kommt der Fritz und sagt, ey, das ist voll scheiße. Macht immer halt so. Verstehe ich die Welt nicht mehr. Und dann sage ich leck mich am Arsch, ich mache jetzt einfach und irgendwann funktioniert es da. Fritz, pass auf, wie kommst du an die Texte ran? Ich laufe durch die Welt oder fahre in der S-Bahn oder im Bus oder im Auto oder irgendwas und dann fällt mir einfach was ein und das schreibe ich auf. Und letztendlich habe ich 10.000.000 Zettel irgendwo rumliegen, die ich dann zum Teil wieder vergesse und dann finde ich ihn wieder und was weiß ich. Und am Ende bastle ich halt aus den ganzen Ideen was zusammen. Oder ich habe halt irgendwie einfach so eine Eingebung über irgendwas, was ich grad schreiben muss. Und meinst du, dass wir Sirens durch unser Album erwachsen werden, dass wir einen Schritt hinkommen und ein bisschen reifere Geschichten abstarten wie vorher? Gute Frage erstmal, wenn ich hier so zurückgeben werde. Da das ja jetzt tatsächlich das erste Album ist, ist es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, gerade zum Erwachsenwerden der Band. Weil mit der Aufnahme steigt ja auch so ein bisschen das Niveau einfach, weil man natürlich da ein bisschen besser vorbereitet sein muss, wenn man die Sachen aufnimmt als Live, sage ich jetzt mal. Weil wenn man es im Studio abgerufen hat, dann kann man es natürlich auch im Endeffekt dann nochmal Live rausbringen. Und ich denke, dass es auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung ist, da ein Album zu machen. So Leute, jetzt habt ihr gehört, wie wir drüber denken und auf jeden Fall wollen wir es euch hier noch zeigen, hier ein paar schöne Bilder. Also bleibt dran! Bis zum nächsten Mal! 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 Musik So, liebe Sirens Family, jetzt seid ihr dran. Hier auf diesem Post könnt ihr Fragen stellen. Bis zum 6.4. werden wir warten und die besten drei Fragen werden dann an mich gestellt. Also Leute, gebt Gummi und ich bin gespannt, was ihr mich fragen wollt. Bis dann. Hallo, zum Podcast will nur sagen, ich mache euch das erste Mal. Also Leute, seid lieb, und auch an die Dudes da, die wo gar nichts drauf haben. Also hochklicken nicht nur. Okay. 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 Vielen Dank.